In Berlin begrüße ich Anna Lehmann von der Taz recht herzlich. Einen schönen guten Tag, Frau Lehmann. Ja, die letzten Tage haben wir uns alle schon so ein bisschen gefragt. Entscheidung steht ja eigentlich, wann wird sie nur verkündet? Nun hat Boris Pistorius gestern für Klarheit gesorgt. Kehrt nun Ruhe in die Partei ein. Naja, was man so hört, ist, dass jetzt eine angespannte Ruhe herrscht. Man wird sehen, wie sich die Umfragewerte entwickeln. Also die Unzufriedenheit, die da war, die ist ja jetzt nicht weg. Sie ist erst mal nur befriedet, weil es jetzt einen Kanzlerkandidaten gibt und das ist Olaf Scholz. Aber man kann nicht verhehlen, dass sich viele einen anderen Kanzlerkandidaten gewünscht hätten, nämlich Boris Pistorius. Wie geht man jetzt so einen Wahlkampf an? Sie haben die Unruhe angesprochen, auch in der Basis, auch mit dem Wissen. Vielleicht nicht die komplette Basis hinter sich oder eben diesen Kandidaten zu haben. Naja, Lars Klingbeil hat es ja gerade versucht. Er hat gesagt, so, wir müssen jetzt nach vorne schauen, wir müssen kämpfen. Lasst uns auf die Inhalte konzentrieren. Und das ist sicherlich das beste Rezept. Allerdings, es kam ja auch Kritik daran, wie man diese Inhalte verkauft. Arbeitet man sich nur am politischen Mitbewerber ab oder hat man eine eigene Zukunftserzählung? 2021 ist das der SPD sehr gut gelungen mit dem Respektwahlkampf. Ein ähnliches Schlagwort, das Gefühle weckt, das auch Motivation weckt, fehlt bisher. Also ich höre immer nur kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch. Das ist relativ sperrig für einen schmissigen Slogan. Ja, ganz, ganz wichtiger Punkt, den Sie erwähnen. Also Lars Klingbeil hat es ja gerade gesagt, die Leistung des Kanzler Scholzes auch in schwierigen Zeiten möchte er nicht in Frage stellen. Hat es nochmal auch betont, nur ab jetzt, in den nächsten Wochen geht es ja, oder ab sofort, geht es ja eigentlich nur noch ums Verkaufen der Themen. Genau, da braucht die SPD jemanden, der klar macht, dass sie die Partei ist, die das Land besser führen kann. Das wird sehr, sehr schwer, weil Olaf Scholz klebt nun mal das Image einer gescheiterten Regierung an. Da kann Lars Klingbeil noch so sehr darauf hinweisen, dass ja eigentlich nur die FDP schuld sei. Tatsache ist, Olaf Scholz hat diese Regierung angeführt und er hat auch zugelassen, dass da eben die letzten zwei Jahre zumindest vermehrt gezankt wurde und eben keine Klarheit herrschte. Und jemanden, der so in seiner Führungsverantwortung in Frage gestellt ist, dem nochmal die Führung des Landes anzuvertrauen, das wird schwierig. Ja, viele hatten sich gewünscht, Boris Pistorius eben. Das Thema ist nun aus seiner Sicht auch für ihn erstmal erledigt, aus perspektivischer Sicht auch für Boris Pistorius ein schlauer Zug. Ja, ich glaube, wenn einer gestärkt aus dieser Debatte herausgeht, dann ist das Boris Pistorius. Obwohl man sich schon fragen kann, wieso hat er sich so lange Zeit gelassen, um zu sagen, ich stehe nicht zur Verfügung. Er hätte das ja auch viel früher klar machen können. Anfang der Woche hat er noch gesagt, man soll nichts ausschließen und die Debatte damit eher befördert. Aber nun steht er eben als derjenige an, da der beliebt ist, aber trotzdem sagt, ich lasse Olaf Scholz dem Erfahrenen den Vortritt. Und falls es zu einer wie auch immer gearteten Koalition, vielleicht mit der Union kommt, dann wäre er sicherlich ein Mann, der für ein Ministeramt zur Verfügung stünde. Bei Olaf Scholz sehe ich das eher nicht. Er hat sich ja schon auch positioniert, dass er das Amt des Verteidigungsministers fortführen möchte, dass er hier noch nicht fertig ist. Aber auch auf die K-Frage, wie viel, Sie haben gesagt, also eigentlich geht er als Gewinner raus, aber wie viel Schrammen hat Pistorius dennoch abbekommen? Naja, man wird sich schon nochmal die Frage stellen, wieso er die Debatte so hat laufen lassen. Wie gesagt, er hätte es früher klären können mit dem Video, was er gestern veröffentlicht hat, wo man sich auch fragt, wie viel Druck war eigentlich dahinter, bis er sich dazu durchgerungen hat. Ich glaube, diese Debatte wird auch nochmal kommen, und zwar am 23. Februar, je nachdem, wie das Wahlergebnis ausgeht. Wenn die SPD tatsächlich eine furiose Aufholjagd hinlegt und knapp vor oder knapp hinter der Union landet, dann werden die Schlachten der Vergangenheit vergessen sein. Wenn das nicht gelingt und man bei diesem Umfrageergebnis, was die SPD derzeit hat, bleibt, dann werden sicherlich nicht nur Boris Pistorius, sondern auch andere ihren Hut nehmen müssen. Ganz gerade erwähnt, also man hörte auch in den letzten Tagen, also nicht seit Montag, sondern in den wirklich wenigen zur letzten zurückliegenden Tagen, die Zustimmung innerhalb der SPD, der Äußerungen gingen immer mehr natürlich in Richtung Olaf Scholz. Von den anderen Seiten, wie zu Beginn der Woche aus beispielsweise dem Landesverband NRW Stimmen zu hören waren von Dirk Wiesel, die wurden immer weniger. Gab es da eine Ansage? Es gab meines Wissens keine Ansage, jetzt äußert euch doch mal zu Olaf Scholz, aber es gab schon die Ansage, jetzt bewahrt doch mal Ruhe. Also es war ja vor allen Dingen eine sehr medial geführte Debatte. Es gab ja keine wie immer geartete Basisbewegung, keine Plattform, die gesagt hat, wir fordern Boris, sondern es gab über die Medien Anfragen, wie sieht ihr das denn? Und dann haben sich eben Menschen zu Wort gemeldet. Das war zum Teil überhaupt nicht abgestimmt, nicht mit den Strömungen, nicht mit den Landesverbänden. Also das waren eher Einzelmeinungen, die sich stimmen, die sich zu einer Stimmung verdichteten. Und ich glaube, dass viele angesichts dieser Debatte, die über die Medien lief, langsam klar wurde, hier bekommen wir kalte Füße. Man hätte diese Debatte viel früher beenden können und müssen. Denn so wie sie gelaufen ist, hat sie der SPD massiv geschadet. Eine Einschätzung und Einordnung von Anna Lehmann von der Taz. Ganz herzlichen Dank für die Zeit und Grüße in die Hauptstadt.